Das Event hat echt Bock gemacht, aber der Preis, also der wäre ich lieber Sieger der Herzen geworden, muss ich zugeben, aber naja, so ist es halt, ist eine Daumenabrissfraktur, also diesmal wirklich eine Fraktur, aber nicht so wie Peter immer gerne sagt, dass meine Fissur damals am Bein, ja, kein Knochenbruch in der Art, in dem Sinne war, ja, sechs Wochen, sag ich mal, kann ich meinen linken Daumen nicht bewegen, das tut weh, das tut richtig weh, also, also nicht der Daumen tut weh, sondern es tut halt weh, kein Pokémon, kein God of War, nix mit Mausentastatur wegen Leertaste, also, keine Ahnung, es ist echt ätzend, gar kein Bock drauf. Ich hatte halt erst gedacht, ja, komm, das tut halt weh, das ist irgendwie eine Kapselzerrung oder ein bisschen verstaucht oder sowas, aber irgendwann dachte ich mir halt so, das ist, das tut immer noch ziemlich weh, so, und dann hab ich mir gedacht, gehe ich dann doch mal besser zum Krankenhaus und die haben das sehr, sehr gut gemacht, möchte ich an der Stelle sagen, eine Notaufnahme, äh, Dankeschön, liebes Neu-Ulmer-Krankenhaus, ihr habt das super gemacht, ähm, ja, ist halt nervig, also, es ist wirklich nervig.